So Leute, dann sind wir wieder zurück bei Rayman Origins, das ist jetzt schon der zweite Aufnahmeversuch, sage ich mal, denn ich habe gestern schon, nett wie ich bin, wollte ich gestern schon aufnehmen, nur da gab es Probleme. Erstens, also wir haben uns ja hier das neue Level freigeschaltet, das Zahnlevel, wie ich es auch immer nenne, und das ist so kackschwer, also eigentlich nicht, ich stelle mich einfach nur zu dumm an, es ist so kackschwer, dass ich es nach dem fünften Versuch schon nicht hinbekommen habe, dann werfe ich zufällig einen Blick auf meinen Rechner und sehe, dass die Lautstärkenregler meines Headsets gar nicht angezeigt werden, also hat auch die ganze Zeit der Ton nicht aufgenommen, und dann hatte ich gestern, oder vorgestern, wann auch immer es war, hatte ich einfach kurz keinen Bock mehr auf das Thema, da habe ich gedacht, egal, machen wir jetzt nochmal, ich werde das hier dreimal jetzt versuchen, und dann machen wir mit der Story weiter, weil das geht mal gar nicht an, ich weiß nicht, Leute, warum ich das nicht hinbekomme, zum Schluss, das ist wieder so eine Sache, dass ich ganz kurz vorm Schluss schmiere ich ab, es ist so heftig. Punkt ist, ihr seht, Leute, ich habe auch kein Herz dabei, sprich, wenn ich einmal getroffen werde, war es das sowieso. Oh Gott, da wäre schon was passiert. Ja, und hier geht irgendwie, genau, ich glaube, hier kommt schon der Fail. Na? Okay, sieht mal besser aus. Ja! Oh mein Gott, ey! Oh! Herzklopfen, ey, wie heftig! Nämlich eben, wo das runterging, Richtung Piranha-Grausam-Wasser-Todes-Angst-Piranha-Killt-dich-sofort-Becken, bin ich immer, ja, da war ich irgendwie zu lame immer in dem Moment. Okay, haben wir es doch geschafft. Und 166. Und ich glaube, für das nächste, Leute, brauchen wir, glaube ich, 180. Also das wird langsam richtig, richtig mies. Oh, ja, 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 ja. Krummeln und Rotten, okay. Dann... Schwierende Schwärmen, oh Gott, ey, das klingt ja jetzt schon grausam. Schwierende Schwärmen, okay, okay. Erstmal Hintergrund abchecken, okay. Und erstmal... Oh nein! Oh nein! Die Dinger kennen wir ja bereits. Da habe ich noch gemeint, ey, hoffentlich kommen die nicht in einem anderen Level noch. Das haben wir jetzt erfahren. Aber ist cool gemacht. Muss man dazu sagen. Okay, da brauche ich ein bisschen Anlauf, würde ich mal sagen. Okay, ruhig, ruhig. Raymond, weg, weg. Das ist ja lustig. Ich frage mich nur, wie lange das hält. Da war in dem... Lol. Okay. Da oben wäre es doch 100 pro auch noch lange gegangen. Ah, okay, es wird kleiner. Jetzt sehe ich es, jetzt sehe ich es. Geht das? Hm. Interessante Frage. Wollen wir es nicht mal nicht riskieren. So. Okay, da oben ist schon mal ein Geheimgang. Das ist ja schon mal klar. Hier kann man sogar runterfallen. Gar nicht gesehen. Okay. Ich müsste jetzt... Okay. Sieht eigentlich... Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Dann wollen wir nochmal hier rüber. Ah. Okay. Na komm. Oh. Okay, war kein Geheimgang. Aber Medaille ist ja auch was Schönes. Weil wir wissen ja... Es kommt auf jeden Lums an. Oh Gott, ey. So. Was ist jetzt hier? Boah, Alter, wie viel. Ja, den habe ich aber noch bekommen. Und hier. Boing. Okay. Dann müssen wir doch kurz nochmal hier zurück. Und weiter. So. Moment, Moment. Aber hier ist ein Geheimgang. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Oh, das ist schon wieder fies, ey. Sieht gut aus. Es sieht gut aus. Bam! Und Triple Kill. Kann nur der erste gewesen sein. Ja. Wunderbar. Ey, wir brauchen 180. Ey, wie heftig. Am Anfang war das noch so lustig, wo ich einfach in jedem Level die Teile geholt habe. Das war echt so der Witz. Und da hatte ich noch viel mehr, als ich überbrauchte. Und hab noch gesagt, ah, ist ja einfach. Naja. Hätte ich doch mal lieber meine Schnauze gehalten. Oben wird wahrscheinlich was sein. Oder eher unten. Komm schon, Raymond. Okay. Alles okay. Oh, oder wäre es dann auch weiter hochgegangen? Na, eher nicht. Okay, hier muss man sich... Wow. Oh nein, verdammt, verdammt. Rüber, rüber, rüber. Oh, scheiße, ey. Ich lege es heute echt drauf an. Heute will ich es wieder wissen. Ich frage mich, ob man instant sofort ist. Oh, fuck. Schnell, schnell, schnell. Raymond. Ach, du Kacke. Ja, aber alle bekommen. Haha. So muss das laufen, Freunde. Genauso und nicht anders. Obwohl da unten ja bestimmt noch was gewesen wäre. Weil das Ding... Ja, klar, das ist eine Medaille. Wow. Da hat das Genie mal wieder das Rätsel gelöst. 250 haben wir schon fast. Das ist ja genial. Okay. Moment, 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 Moment. So. Ups. Erstmal hier durch. Egal, los. Weiter, weiter, weiter. Jetzt ist sogar das Ding abgelaufen. Okay, aber das war es dann, glaube ich. Okay, das Ding bewegt sich jetzt. Das war nicht so schlau. Aber man musste wohl nur einmal drauf, damit es sich bewegt. Okay. Ja, okay, okay, okay. Ähm. Okay, ah, okay. Moment, 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 Moment. Oh nein, verdammt. Nein, verdammt, das war zu früh. Das war zu früh. Ah, shit. Er geht das Risiko trotzdem. Okay. Oh. Nein, nein, ich möchte nicht sterben. Oh, im Fliegenmeer des Todes wurde er begraben, ey. Ist ja ekelhaft, Leute. Aber jetzt habe ich hier wenigstens alle bekommen. Haha. Nein, das war schon wieder zu früh. Rayman, nein, was machst du? Und da ist er gestorben. Oh, ich will das Teil haben, Mann. Ich weiß nicht, warum. Aber auf einmal möchte ich sie alle besitzen. Okay, Rayman, es ist alles okay. Einmal machen wir es noch, Leute, komm. Einmal noch. Das kann echt, das kann ich nicht angehen, ey. Was zur Hölle erzähl mir doch nix. Oh, das war perfekt, das war perfekt. Sauber. Shit, jetzt muss ich... Okay, wie stelle ich das jetzt am besten an? Okay, ich kann ja hier die ganze Zeit... Lustig. So, ob da unten was gewesen wäre, man weiß es nicht. Mir ist es auch... Oh, shit. Okay, da waren doch ein paar. Oh, kacke, ey, das ist echt... Nein, Rayman, was machst du denn, Mann? Ey, wieso hält er sich... Okay, wir haben auch ein Checkpoint. Das ist natürlich nice, ey. Das ist... Okay. Kann ich nicht einfach ganz schnell... Ey, alter Rayman, willst du mich verarschen? Was ist denn los? Das hätte ich jetzt eben beim ersten Run auch locker geschafft. Ne, schade, ist nix versteckt. Ey, es ist schon irgendwie ein bisschen ekelhaft, ich weiß auch nicht. Okay, 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 doch. Ich dachte jetzt, da unten wäre einfach... Oh, das haben wir hier gefunden. Moment mal. Ah, aber ich wollte gerade sagen. Das Ding ist ja doch nicht ohne Grund, so. Haben wir den auch hier gefunden, den Geheimgang? Oh yeah, so ein Fliegelevel-Geheimgang-Dingens. Kann man damit vielleicht... Schade, das wäre ja auch lustig gewesen. Okay, oh Gott. Ach, du Scheiße, ey. Das ist ja mal nur mies. Ach so. Ach. Ich hab's fast gar nicht gesehen. Das, das, das war's schon. Okay, war ja auch nur ein Geheimgang. Was? Das hat gezählt. Diese, diese kleine Pixelfliege da. Diese eine Pixel... Och, das glaube ich ja nicht. Der mich da berührt hat, hat noch zum Tod geführt, ey. Man will's nicht glauben. Ah, okay. Dann halt noch einmal. Die Mucke, die auch erläutert, ist auch genial. Zack. So, okay. Runter. Zack. Boah, die halten aber auch ordentlich was aus, ne? Okay, ich muss da gehen. Ah, okay. Okay, ich hab's schon verstanden, Leute. Da wollte ich schon fast wieder zu viel. Oh Gott. Das ist ja mal nur krank. Aber wir haben erst 315. Na egal, für die Grinsendinger reicht's, ja. Aber ich hab doch bis jetzt wirklich jeden Lumps gesammelt. Und jede Medaille. Okay, kann auch sein, dass ich an 5 Milliarden vorbeigelaufen bin. Wobei ich das jetzt aber ehrlich gesagt nicht glaube. Jeder Lumps zählt. Okay, wie das? Oh doch, da war da noch einer. Und hier auch nochmal. Hm, ist hier unten noch irgendwie was gewesen oder so? Nee, okay. 325. Damn it. 525 noch, ey. Oh, okay. Den, den hab ich noch eingesnackt, ey. Den hab ich noch richtig eingesnackt. Oh, 35. Ey, das ist nur mies hier. Ende, war hier noch irgendwas versteckt oder so? Du, du, du. Zack. Nein, nee, wenn jetzt noch irgendwie Medaillon oder so gewesen wäre. Ähm, okay, da wär ich gestorben. Verdammt! Die Kayie kann doch noch nicht das Ende sein. Oh, shit. Oh, verdammt! Verdammt! Äh, er will... Er will es einfach nicht. Was? Oh, doch, das könnte ganz knapp werden, weil... Oh nein, das kommt sogar genau hin. Das kommt sogar genau hin. Ja! Alter! Oh Gott, ey. Wie mies. Wie mies. Aber ich hab doch wirklich jeden gesammelt. Alter! Okay, das hat jetzt wieder extrem lange gedauert. den ganzen Part. Genau 350. Wie mies, Leute. Zack, 150. Oh, da der Speedrun, ey. Da viel Spaß. Ich wollte letztens noch in irgendeinem Map ein Speedrun versuchen. Ey, ich bin so ausgerastet. Das war richtig mies. Das war wirklich richtig mies. Weil du musst wirklich über drei Minuten am Stück rennen. Und wenn du kurz vorm Ende drauf gehst, darfst du alles von vorne machen. Oh, ey. Dann darfst du uns mehr eigentlich bis sonst wo. Yeah! Oh Mann, in zwei Tagen ist Weihnachten, ey. Ich hab überhaupt gar keinen Bock.